Und wie ihr seht ihr, ich bin nun endlich, endlich kann ich das verkönnen, ich bin endlich fertig und wie ihr gerade seht ihr unten, ich bin da, ich hatte 175 Gigabyte an Videomaterial und ich muss das jetzt komprimieren und zwar etwas kleiner machen und ja, daran bin ich gerade, ihr seht ihr, ich habe jetzt ziemlich große Feilen, also 175 Gigabyte ist halt nicht wenig, deswegen 3 Stunden nur und nebenbei stelle ich noch einige PDF Dateien etc. und hier zeige ich euch einfach mal ein bisschen was vom Kurs und zwar, hier ist schon mal das Intro, habe ich ein Intro gemacht, also wie gesagt, es sind 5 Modulen aufgebaut und hier im Intro habe ich halt ein paar Videos auch gemacht, also was jetzt mal wichtig ist, wie der Kurs aufgebaut ist etc. und dann hier am Anfang direkt bei der Produktsuche, einige Videos dazu, Softwares, die ich alle nutze, sind da drin im PDF Datei und dann hier nochmal weiter ins Detail Produktsuche und so weiter, Inco Terms, Amazon, also ihr seht ihr, ich habe schon, ich bin sehr ins Detail gegangen und deswegen hat es auch so lange gedauert, weil ich wollte einfach viel mehr an Mehrwert euch zeigen, nicht einfach so ein Bullshit einfach dahin klatschen, 3 Videos oder so und zwar, ich bin hier ziemlich in die Breite, alles was ich über Amazon FBA weiß, habe ich hier reingepackt und wie gesagt, von den ganzen Tools, die ich benutze, Webseiten, Hacks, habe ich alles hierbei, also alle Kontaktdaten, von was ihr beachten müsst etc. habe ich hier wirklich alles mit reingepackt in PDF, also hier bei Bonus habe ich noch Hacks, wie man Google Patente benutzen kann, um sich zu schützen, Markenanmeldungen, Amazon FBA Gebühren etc. Unterlagen habe ich hier an vielen Sachen, Kalkulation habe ich euch zum Beispiel eine sehr geile Tabelle, also das ist wirklich unschlagbar und damit arbeite ich auch, um meine Kosten genau zu wissen und dann auch später keine Verluste dazu erleiden, ich habe also so viele Sachen, also von Gewerbeanmeldungen habe ich euch PDF Datei schon fertig, also die ihr einfach dann praktisch einfach ausfüllen und ausfüllen könnt und damit zum Rathaus gehen könnt und so habe ich schon fertiggestellt, Marketing Tools, die ich nutze, so halt auch PDF Details, alle kurz und knackig mit den Links direkt, also Unterlassungserklärung, falls ein Hijacker bei euch irgendwie da aufs Listing kommt, dann könnt ihr das einfach hier Copy-Paste-Inch zuschicken und ihn damit auch warnen, dann springt er wieder weg von eurem Listing und dann könnt ihr endlich die ganzen Verkäufe, die für euer Listing bestimmt waren, auch wieder einfahren, also ich habe hier ziemlich in die Breite, ich bin hier ziemlich in die Breite und in die Tiefe auch reingegangen, um euch einfach das Bestmögliche an Mehrwert zu geben, was Amazon FBA betrifft, wie gesagt, dauert mir hier noch drei Stunden, bis das so runter komprimiert ist, wo ich denke, okay, das ist akzeptabel, dann muss ich gucken, wo ich das hochlade und dann würde ich da nochmal halt ein Video machen und euch den Link dann halt auch mitteilen und dann in die Videobeschreibung, wenn ich soweit bin und ja, das ist halt der Update zum Kurs, weil viele hatten gefragt, ich weiß, Hakan ist sehr, sehr fleißig und so, größter ist man Hakan und ja, es sind auch viele mit dabei, da ist dann, glaube ich, Carlos hat auch einen guten Vorschlag gehabt, das werde ich, glaube ich, auch in den nächsten, oder kann ich auch mal jetzt sagen, also, Carlos kann man einfach, der Vorschlag, dass man auch so ein Facebook, nenne ich eine Facebook, sondern ein WhatsApp oder Telegram, ich finde Telegram persönlich besser dafür, also wir können so in dieser YouTube, in dem YouTube-Kanal, alle, die sich für Amazon FBA, Internehmatum interessieren, interessieren selbstständig, kann, die werde ich so eine, so ein Telegram-Gruppe aufmachen, das habe ich schon mal bei ein paar Influencer-Frauen gesehen, die das machen, die mich da eingeladen haben, das halt, die machen das ziemlich, ziemlich smart, also ziemlich schlau und wir können so eine Art Telegram-Gruppe auch aufmachen, für die, für diesen YouTube-Kanal, pass um 23 Kilogramm und ja, das ist eine sehr gute Idee, werde ich auch jetzt gleich mal einrichten und dann auch zum nächsten Video halt verkünden und ja, wenn du neu bist auf dem Kanal, ich hoffe, du schaust dir die einige Videos, die ich schon mal gemacht habe, in der Vergangenheit, damit du ein bisschen mehr ein Gefühl bekommst, wie du auf Amazon verkaufen kannst und für die alten Hasen, beziehungsweise die, meine alten Follower, schönen Grüße an euch, der Kurs ist jetzt endlich bald fertig und ich werde das auf jeden Fall noch mitteilen, okay, alles klar, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und jetzt wünsche euch noch zusammen. So.